Moin und Willkommen zu einer Runde Worms Revolution. Ich meine natürlich Mainz Revolution. Wir haben hier den Sascha dabei. Hallo. Ich würde sagen, los. Wir sind noch nicht so geübt in diesem Spiel. Wir wollen uns auch nicht rausgehen. Wir haben es gestern das erste Mal gespielt, aber man muss dazu sagen, Nico kennt sich ein bisschen aus. Nimm die Karte, da kann man eigentlich sofort runterkicken, so ins Wasser. Das finde ich fair. Ich kenne mich null aus. Gar nicht. Ich auch nicht. Alter, mach mal. Ich kenne mich ein bisschen aus. Dabei bist du voll der Oberpro. Jetzt war kacke, ich pass auf. Ich habe keine Brille, es steht nicht. Es steht nicht. Oh, bin ich dran? Ich sehe gar nichts. Ah, Main-Dolf. Ja, hier. Main-Dolf. Main-Koch, Main-Koch. Wie geil, also. Main-Koch, Main-Koch. Das versteht ihr jetzt wahrscheinlich nicht, aber... Tomain, Main-ど. Das steht neben Tomain. Wir heißen gleich. Ohhh. Noooon. Neun.ещ 62. Au-oho, oooh. Leo, geil. The Sound-Effekte nachmachen. Sascha und Niko machen die Sounds Weg da, das ist meine Weg Maincomainke, Alter Ich hoffe, ihr versteht diese Witze Nein To main Wie schlecht, Alter Mainus Fangen wir mal leicht an Ja, machen wir das mal Ey Du sagtest leicht War leicht Achso Oh, ey, das war so dumm Das war so dumm, du kannst uns beide gleichzeitig wegkicken Ja, ja, ja Etwas Mainus Mainus Explodiert das? Nein, okay Kaputt Oh Ein Teleporter Oh nein Warum steht der denn da, Mann? Das ist so unfair Der Licht Richtig schlicht Home run Home run So ein Mainheart Ehe, Kaffee durch meine Nase Achoo Man sieht unten links übrigens den Wind Falls du das nicht wusstest Ah, cool Hey, wenn du das machst Ich sag das Ich sag das doch an Mama Treib wenig Versuch, was es wert Okay, das war viel zu viel Ich kann das halt überhaupt nicht einschätzen Ich habe das Spiel noch nie gespielt Ich kann das aber auch nicht einschätzen Das ist echt schwer irgendwie, finde ich Oh Oh Yohoho Mit dem Yohoho He 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 Geh weg Oh nein Sie nicht Oh Oh Fass Eigentlich voll in die Kitzte Kitzte In die Kitzte Hex Oh, jetzt ist da ein Loch mit Wasser Oh, Nico Main Ein bisschen ranzoomen So Also, also wenn du Main bist, dann lässt du das Richtig schlecht Also, also wenn du Main bist Ding ist Ich werde es, ich werde es niemals schaffen, dich da reinzuschalten Doch, locker Obwohl Erkennst mich Was? Geil Mach doch Was? Hallo Warum nicht so weit? Nein Oh, ich sehe da einen, der da Der steht so am Rand He 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 Kör mal die Kiste Yohoho Maina ist dran Ey, das bin ich Jetzt kriegst du mich da rein He Nein Ja Oh, ich lebe noch Oh nein Geh von denen weg Sie Geht mir nichts getan Hallo Oh Oh, das ist so eindeutig die Runde Ey, das gibt es nicht Guck mal, der hat gewunken Kannst du jetzt nochmal was machen? Ja, sorry Stehst du da so rum? Oh nein Bitte nicht Bitte nicht Tschüss Wie geil, Alter Wie geil, Alter Lass mich durch Lass mich durch Oh Ja Vielzimmer So Was kann ich denn mit dir jetzt schönes machen? Nix Lass mich da stehen Musst du da springen, musst du das Seil anklicken und rechts Hallo Oh ne, stehen die beiden hier am Rand Oh, Sascha Die Runde ist sowieso außergelaufen Mach mal zwei Runden Je nachdem, was die Zeit sagt, ne? Ja, stimmt Wenn's schon so 13 15 Minuten ist so Dann auf jeden Fall Neue Folge hier Gesundheit Hallo 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 Komm nicht durch Nein Ey, Mann Oh ja, mein oder was? Mein 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 Oh nein, geh weg Oh nein, geh weg Ohhhhhhhhhh Dein Kopf Swash 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 Wie geil, Alter Swash Swash Mainer Mainer Wie geil, Alter Tomain Lass Tomain in Ruhe Was ist deinem Bruder? Kann man denn mit denen Schönes machen? Anstupsen Aber das ist schwul Du kannst jetzt mal echt was rüberwerfen, aber siehst du den Wind, du musst da jetzt halt richtig hart was rüberwerfen dann theoretisch Basuka Die rollt ja, ne? Aufpassen Richtig hart, ne? Hast einen tollen Tipp gegeben, du bist Ja, aber musst halt richtig abpassen können Sorry, dafür überspringe ich jetzt die Runde Nein Nein Nein? Okay Dann freihart ich aber auch nicht Hättest du ihn nicht gemacht, aber er ist Doch, hätte ich gemacht Fassen Hättest du sowieso verloren Weil ich scheiße bin der Ich muss auch dazu sagen, ich spielspiel jetzt grad zum zweiten Mal Guck, weißt du was ich jetzt mache? Ich mach nichts schweihartiges Das verspreche dir Hallo Gehst du so? Und? Weißt du was ich jetzt mache? Wie geil das aber aus Wenn dir halt über 20 Minuten etwas geht, das ist vollkommen okay, aber 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 ja Ey Dein Bruder Ja Man sieht diesen schönen Adelf Bart Das ist nicht ins Wasser Hättest du mir auch früher sagen können Aber ich geb meine Gegner auch keine Tipps Ja, aber Aber Main Ja Du kennst mich natürlich mit dem Spiel übel aus, kennst und ich überhaupt nicht Ich kenn mich aber nicht übelst aus, ich hab das davor echt nur dreimal oder so gespielt Ja, ich gar nicht, also Main Also, also Main Hallo Hallo Toll Nein Zehn Leben noch, oder? Ne, von 20, was? Auf jeden Fall gute Matte Ne, bei mir hat's grad, ähm Hier, gestockt Wie bei uns gestern Kannst du ja sehen, ich hab aufgenommen So gar nicht Oh nein Machst du jetzt wieder von der anderen Seite mit dem Baseballschläger, dass ich beim Pilz lande Ähm Wo ist denn der Scheiß Was denn der Scheiß? Was denn der Scheiß? Was denn der Scheiß? Ja Neun Ich hab mich von da oben da scharf gemacht, Leute Weil 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 Ja, ich hätt's dann runter gesetzt, nicht direkt Wie hätt's dir gedrückt? Komisch Ja Jetzt kommen meine Skills, die nicht vorhanden sind Okay Nevermind Oh Wie du hübsst Wie du immer perfekt so Incoming Ich schaff das glaub ich nicht Ich schaff das glaub ich nicht Okay doch Oh Hey Please don't be tryhard Du stehst da nur so Menus Nein Ja Ich fahr halt diesmal nicht Nee gar nicht LOL Es läuft wie OP Wie viel denn das Alter LOL Ja man Ich hab das noch nie aufgestellt Ich auch nicht Ich hab das zum ersten Mal getestet Ich würd sagen wir machen noch eine ne Ja komm Wir fangen grad mal zwölf Minuten Dann laden sie mich ein Herr Papagei Achso Ja man hat echt ab und zu einen Vorteil mit den ähm Mit den Aufstellungen Nee nee das war einfach weil ich total scheiße war Und du halt Eine andere Karte würde ich sagen Und du deine Sachen gut genutzt hast Nee das war echt mit den Aufstellungen etwas Nee nee das war einfach weil ich Nö 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 Nein ohne Scheiß man Ich fand das von den Aufstellungen Ich fand das von den Aufstellungen Nee das war auch kacke Ich will so n Durchgang Ja Junge du machst nicht richtig mad Und wenn Indem du so tun willst Als ob es nicht meine schön war Ja aber warum soll ich Aber ich will dich doch nicht mad machen Das war halt was diese Warum kommt die ganze Zeit so der Scheiß Map Nee ich mein das ernst Mad können wir uns nur n LOL machen Leech of Mad Oh Ja das sieht mainig Das sieht mainig aus Das sieht mainig aus Guck Sehe ich hier den Text Maines Revolution Oh Gruselgarten Oh Gruselgarten Hier das Auge Es sieht mich Hoi Oh Wie soll ich da hin kommen Deadpack Ja ok aber 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 mal hin Wo flieg ich schon hin, Alter? Wie geil das aussah. Das sah aber richtig geil aus. Hallo? So, jetzt kannst du direkt beide ficken. Jetzt hab ich schon wieder verloren. Ich bin wieder verloren, ey. Zweihardt. Nein. Ich fühlte mich auch selber, okay? Kannst du jetzt mal was machen? Steht es da so rum, ey. Ich töte mich. Warum? Boah, wie mal da wegfliegt. Oh, ich brenne. Weißt du, das ist ja nett, als du es draußen machst. Ja. Ja. Und so. Du meldest dich so. Oh, Lehrerin. Ich brenne. Was? Was? Wie geil. Danke. Bitte. Das war mit 80. Das war mit 80. Das war mit 80. So, auf einmal. Ich wollte dir eine Chance geben. Warte. Weißt du. Du gewinnst ja niemals eine Runde hier. Ja. Stimmt. Danke dir dafür. Ich bin jetzt zu gut für dich. Muss man auch mal sagen. Muss man auch mal richtig ehrlich sein. Weißt du. Du kannst aber überhaupt nichts in dem Spiel und ich bin aber viel zu gut für dich. Du hörst die Musik, die hört sich an wie Luigi's Mansion. Ja, das sag ich nicht mehr auch gerade. Abgeguckt. Ey, was kann ich denn machen? Hört sich übel an wie Luigi's Mansion. Die Geräusche. Aber irgendwie schon, ne? Ja. Richtig hart. Nö. Der Anfang war so. Hey. Komm so perfekt zu dir runtergerollt. Halt. Diesmal mache ich den Fehler nicht. Es gibt keine Fehler. Es gibt nur... Good job. 問題 gemacht. Pens Ne, ob ich da funktionieren. Was schreit? Ist das ein mal Mechanismus zztattet? Was schreit? 기분 kann auch in der Stadt ¿. Ja. Überhaupt gar nicht so gewollt. Oh. Oh mein, ja mein. Mal gucken wann die losgeht. Oooh! ich bin ja gar nicht unten was mir gerade einfällt man kann den timer auch ändern von den granaten man kann ich auch vier oder fünf sekunden umstellen glaube ich ja ja ich den mit dem kerl hier machen dynamit aber ich mache echt jemand wie weit geht das du kannst du noch um den weg drin das ist auf jeden fall leut eingesperrt bei mir hängt es so komisch ok deswegen habe ich mich verrechnet ein geschenkter götter ja ja natürlich kommt es genau mit denen dran was bestimmt irgendwas krasses und kids beide ne das habe ich noch nicht hallo oh main hier main oder mad was ist das achso egal du kannst es mir doch ganz leider ich habe Angst komm rüber wenn ich es richtig mache hey please hallo ja am besten springen in die luft oh man warum ist das noch da ok ok aufg ein geschenkter götter mit mit der main main rad ich hatte gerade angst aber es macht bock da kann man echt wenig sagen jemand eine kiste der gibt den gibt es ja auch noch ihn gibt es ja auch nur machen schönes warten bis das ist falsch ja genau nein 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 ja ja nein 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 ja 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 denn ich deine place alter war geplant wie viel lack muss man denn bitte haben als nico gesundheit danke habe ich heute mal crash mannico gehabt nicht so gesundheit danke doch als ihr falls uns euch an ekeln tun uns sehr leid machen und nein ich bin tot bitte sei nicht zwei hart bitte kein zwei hart muss die erste übertreffen wasser okay zwei hat weil er soll ecker wie kann man denn mit einer band hängen ich hecke ich hecke auf hab schon war geplant die hipsterbrille da einer oh eine hand keine ahnung was ich machen soll warten ah ok mach ich kurz ne mach mal ja äh rissen gesundheit danke danke nein häcker häck 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 ja verdammt du Rippung ja genau das ist du bist dran städter he main oh nein hallo 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 du kannst aber noch gewinnen wenn ich ich habe echt nichts mehr muss ich sagen oh teleporter fuck you gesundheit ich dachte du kriegst jetzt einen schaden auch schon nein ich bin main main du krieg keinen Fallschaden hab ich recht ja nein du kannst das nicht benutzen das ist nicht aber ich bin zu schlecht dafür ja ah main ah ja ganz nah main so was haben wir denn jetzt mal hier bitte weil die rollt hier runter ne nein aber du hast mich ja nicht abgekauft ne also du wusstest dass das ironisch gemeint war oder ne ich war mir nicht sicher achso mir sorry weil das ist ja ok es ist keine gerade Ebene aber es ist jetzt auch nicht so mega schief das stimmt allerdings deswegen dachte ich das bleibt ja vielleicht sehen aber ich habe vergessen dass das so ein Dreieck Dings ist egal hinterher ist man immer schlauer nicht ja das stimmt willst du überhaupt sehen ach da hin ha ja ha ha drück mal runter soll ganz lustig sein hab ich gehört ja hab ich auch gehört mach mal ohne Fallschirm dann ist es am lustigsten nein ich mach jetzt was unskilliges hallo nein ha das wollte ich eigentlich erreichen ha 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 gl� ha j ha 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 üe ha er im 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 zu w Ab jetzt. Ich sag, du kriegst einen Schaden. Ey, was lässt du? Mach mal anstupsen. Nein! Der frisst sich selber. Ja, ist mir egal. Was? Was? Nein! Wie geil, Alter. War geplant. Oh, Alter. Muss mich jetzt zusammenreißen. Alles geplant. Alles easy. Leicht. Ich tryharde ja nicht. Ich tryharde ja nicht, dann haust du mich immer runter. Ja. Hauptsache, kein ein falscher ankriegen, ne? Ja. Ja. Wir sind halt. Danke. Danke. Ja. Also nicht. Nichts. Toll. Oh, Nico. Habe ich euch dran gemacht. Los. Mach einen tryhardigen Anstupzer. Nico. Bitte nicht. Ich war auch mein Spiel gewinn, deswegen mach ich das jetzt. Mach Anstupzer, bitte. Du tötest mich damit. So, Nico. Hast du noch letzte Worte? Mach Anstupzer. So. Nein. Und noch andere letzte Worte? Äh, äh. Mane! Okay. Mane! Wie geil, Alter. Gut. Dann wären wir bei einer 30-minütigen Wurms, äh, Mane's Revolution Folge angekommen. In zwei Parts schneiden oder so? Ne, ich finde das ganz okay. Okay. Ähm. Kann sich keiner zu ändern, aber okay. Ähm. Ja. Man sieht sich in der nächsten Folge. Bis dann. Bleibt mein. Tschüss.